Hallo und herzlich willkommen. Heute macht der Thomas mal die Arn-Moderation. Heute haben Arn und ich wieder Pokémon gespielt und er sollte einen Kleinschein fangen. Und aufgrund vieler Längen haben wir die Folge einfach mal gekürzt. Viel Spaß, genießt euren Freitag. Achtung, das Dich ist im Wald. Und weil die Folge doch ein wenig kurz war, heute an Fail Friday extra für euch ein kleiner Black Ops Fail. Es war schon sehr spät und es hat doch ein wenig geleckt. Also viel Spaß mit dem Black Ops Video.